Vers 39 Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der persönlich als Krishna erschien und die verschiedenen Avataras wie Rama, Rissimha und Vamana in der Welt als seine vollständigen Teile sichtbar werden ließ. Erläuterung Krishnas vollständige Teile kommen als Avataras wie Rama und andere von Vaikuntha in diese Welt und Krishna selbst kommt zusammen mit Vraja von Goloka auf unserer Erde. Der vertrauliche Sinn dieses Verses besteht darin, dass auch das Erscheinen Krishna Chaitanyas, die mit Krishna identisch ist, eine unmittelbare Erscheinungsform des persönlichen Gottes ist.